hallo ist der martin von money monkeys dass die dax-analyse für nun montag den 8.2 2021 und der ein oder andere scheint ja ein bisschen übermütig zu werden die nächste rakete zu zünden und der dax hat zum freitag auf jeden fall gesagt dass da oder gezeigt auch dass er nicht bärisch noch nicht ist also negativ muss man auch nicht unbedingt rangehen aber das zumindestens oben raus das doch ein bisschen ins stock kommt die tagesdynamiken vielleicht wo man tageschart anfangen tagesdynamiken ich habe jetzt aber ein bisschen was nachgezogen sieht jetzt wieder so ähnlich aus wie bevor wir meine charts abhanden gekommen sind zumindest sind die wichtigen elemente die zuletzt ihnen hier das habe ich jetzt alles nicht mit raus zogen das egal aber was was insbesondere hier wichtig ist dann halt insbesondere die letzten hochs gewesen so das obere bollinger band und dann diese ehemalige keil kannte die hier noch mal interessant wäre da ja da noch ein schöner pullback eigentlich aus steht also ich bisher immer so gescheut so ein bisschen vorher naja auch wenn man jetzt von hier sage ich mal über hier noch eine linie ziehen würde die würde ja auch etwas ich dann kreuzen mit dem teil deswegen wäre das hier oben ein schönes target eigentlich noch wenn denn der dax schub rauskriegt schub rauskriegen hat da sieht man jetzt so ein bisschen die dynamik hat abgenommen das war ja das was ich euch gerade hier noch zeigen wollte der ist jetzt erstmal per se über long trigger das waren wir schon mal wir waren schon mal hier oben hatten auch schon mal gesagt oberhalb von 14.100 würde der dax wieder ein bisschen zugkraft gewinnen können aus technischer sicht einfach wenn er die 14 100 überwunden bekommt da hat er sich beim letzten mal sehr dämlich angestellt ist auch deutlich zurückgekommen das sind immerhin fast 1000 punkte gewesen die er sich dann rückwärts weggerollt hat nicht ganz sind plus 800 gewesen aber es ist trotzdem gutes stück und ein bisschen mehr als 800 850 knapp so und jetzt probiert er das wieder zum freitag hat man es jetzt gesehen also das fing erst mal gut an das kämpft zu auf jeden fall das hat er hin gekriegt hat hat einmal zugemacht hat aber kein neues hochgestellt bekommen und man hat auch deutlich gesehen dass die 14.100 nah und verteidigt wird halt also die da gab es leute die verkauft haben allerdings muss ich sagen nicht so dass ich jetzt sagen würde da muss man sich jetzt gedanken machen dass der weg schmiert dafür war es zu wenig aber das wird zum 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 montag jetzt kann das dann mehr werden halten als wenn er sich gefangen kriegt aus tagessicht kann man ganz klar sagen wenn das jetzt hier wieder plus wir hatten ja hier früher die linie auch schon drüber in den letzten wochen lag ja hier auch eine linie wenn er jetzt wieder bloß eine so eine kerze so eine unsicherheitskerze hier drüber stellt und jetzt wieder nach unten zurückkommt er läuft die gefahr hier wieder deutlich zurückzudrehen und deutlich zurückzudrehen heißt in dem sinne 13.800 mittleres bollinger band und gegebenenfalls auch noch mal hier unten in diesen bogen reinhalten weil das ist kleine vakuumzone kann er sich viel holen nahm oder offen es gäbe irgendwo um 650 rum oder sowas das wären dann so die ziele 800 830 vielleicht nah und die 650 wenn er jetzt zum montag runterkommt und da ist es jetzt hier alles ein bisschen klein ich kann es ja mal ein bisschen näher reinholen die volatilität ist deutlich zurückgegangen probieren das mal so ein bisschen schärfer drauf wenn wir unter das tagestief gehen vom freitag würde ich daher zum montag schon sagen aufpassen und so und das ist das tagestief ist bei 14.013 gewesen das heißt alles was für mich unter 14.013 unter 14.000 machen wir vielleicht die 14.000 unter 14.000 das fände ich zum montag negativ und dann kann der bis dienstag vormittag dienstagnachmittag durchaus sich eine kleine korrektur können wir haben jetzt die 1 2 3 4 grüne kerzen hintereinander gehabt dann darf er sich auch mal 1 2 3 tage für eine korrektur dann nehmen aber ich würde das da noch nicht jetzt darauf anspringen ich würde darauf anspringen wenn er mir unter der 14.000 weg macht 14.20 14.000 wenn er da drunter geht würde ich denken hätten wir eher chancen auf 13.830 zurückzufallen und auf die 13.650 die 13.650 sehen wir jetzt auf der ebene hier nicht gehen wir gleich noch mal eine etage tiefer das aber das wäre das wären so meine beiden target sich erst mal nach unten hätte wenn die 14.000 20 14.000 und fällt fällt die aber nicht zeigt sich der dax weiterhin so ruhig seitwärts cool da wird er wieder nach oben stechen lasst ihn wie lasst ihn um 14.60 eröffnen dann zieht er uns noch mal hoch dann zieht er 8 uhr hoch zieht er 9 uhr hoch 9.30 so in den drehraum hat sich oben noch mal einen hoch ein und dann geht es von dort halt zur seite wieder weiter einfach mal so lange bis wir so wieder die nächsten short reingelockt kriegt und das kann er dann ganz gut durchziehen und irgendwann freunde macht er auch einen langen tag dann dann wenn keiner damit rechnet das könnte zum beispiel auch das muss nicht montag sein das kann auch dienstag kommen oder das macht der tax gerne einfach einen aufwärts gap stellen an den punkt wo die leute sagen jetzt gehe ich brauche nicht mehr lang gehen und wisst ihr was dann passiert ja jetzt brauche ich nicht mehr lang gehen jetzt könnte ich ja probieren show zu gehen vielleicht handel sich ein gap los denken sich die leute was macht der idiot der macht genau an so einem tag 250 300 punkte nach oben an einem tag zieht einfach durch von früh bis abends weil die leute alle nicht long reingehen wollen halt weil sie sagen menschen ist viel zu hoch komme ich nicht mehr rein und dann rennt er durch macht er wieder strecke und zieht sich einen schönen kleinen trend aus dem aus dem popo hinten raus und die leute puttern die ganze zeit dagegen das sind schöne achtet darauf achtet auf sowas das ist sehr sehr markant an solchen stellen ich würde es an eurer stelle nicht ignorieren wenn der markt dann da jetzt einfach zum montag mit aufwärts gehabt oder zum dienstag oder auch zum mittwoch macht da ruhig einen zettel dran aufwärts gäbe es ein bisschen aufpassen jetzt insbesondere wenn die leute in den chats und so weiter und so fort dann da entsprechend zu gedanklich gegenstehen wenn ihr alle shorts suchen und oben raus sagt naja jetzt kann man doch langsam mal hier richtig und alle 100 punkte short gehen und so was das sind immer so keywords wo ich sage ja solange man sowas liest da geht der markt immer noch weiter nach oben einfach weil es typisch ist halt na das ist ja immer wieder typisch zu beobachten ja dass der markt dann nicht direkt auf das reagiert was die leute schreiben das wäre jetzt quatsch das so auszulegen aber da ist ein kausaler zusammenhang erkennbar und dann kann ich den auch für mich einfach nutzen ja auch wenn ich nicht unbedingt zu 100 prozent erklären kann warum das so ist aber ich sehe immer wieder dass es ist und sowas letztendlich technik gehen wir immer wieder daran wir gehen nie davon aus dass es immer 100 prozent kommt was hier was wir uns denken aber wir unterstellen dass der markt einfach mit einer höheren wahrscheinlichkeit das macht was immer macht und versuchen daran dann geld zu verdienen und wenn wir dann bei den punkten wo es klappt wo wir wo wir gut im markt liegen mehr geld verdienen als wenn wir uns total irren und der markt überhaupt nicht macht was wir wollen dann verdienen wir geld mit dem ganzen spaß und da soll es ja hingehen halt das heißt in dem sinne auch wenn ihr seht der markt macht nicht das was ihr wollt er fällt nicht und ihr wollten fallen haben fuchtelt da nicht mit drin rum mit höherem risiko und nachkaufen und was einem da nicht alles so an tollen sachen einfällt halt sondern handelt was ihr seht dann ist das oberste ziel dass wir wenn wir richtig liegen mehr verdienen als wenn wir den markt nicht greifen können dann müssen wir uns zurückziehen warten bis wir wieder richtig reinkommen ansonsten geht bloß ein depot kaputt und davon hat habt ihr nichts gekonnt außer dass das es ist nicht weg gebraucht da nicht weinen das geld verschwindet nicht das landet bei jemanden anderen aber ist man kann es ja vermeiden gut okay von daher analyse in dem sinne erstmal klar aufwärts noch wir haben noch keine umkehrsignal wir haben zwar so ein kleines achtungssignal definitiv das ist eine unsicherheitskerze im chart die kann uns nach unten antriggern aber das möchte ich ja sehen unter 14 20 unter 14.000 solange das nicht kommt im zweifel für den angeklagten das heißt weiter aufwärts auf weiter aufwärts hieß in dem sinne hier mal 13 14.180 das obere band dran und wenn er bock hat wenn er wirklich bock hat macht dann geht drüber über den punkt so über 14 150 14 1 80 da hatte die leute richtig am sack und dann dann kneift er auch richtig zu halten also dann pumpt er seine ganze kraft in die hand und drückt und drückt und drückt bis wirklich der letzte kreicht und da kann er sich hier oben noch ausschieben hat man sind ja neue hochs neue allzeit hoch sind kaufsignale technische kaufsignale und da können sich gut ein paar punkte lösen also für mich ist die 14 1 80 erst mal ganz interessant so am oberen band das das wäre ganz interessant die storastik ist ja auch hochgekommen also das sieht schon ganz interessant aus wie das ja auch mal bald wieder ein kleines korrektürchen kommen könnte aber ich würde nicht ich werde nicht gegenwurten also ich würde wenn wenn ich schon zuhören wenn schwäche kommt nicht wenn stärke kommt weil ich glaube wenn der hier oben drüber geht der hat kein schmerz mit bis 14 2 70 zu laufen bis 14 3 30 zu laufen bis 14 4 40 zu laufen oder mein gott wenn die leute zu zu viele shorts reinwerfen dann halt gleich 14 6 50 dann lehre die das fürchten das macht der dax sehr oft also das wäre nicht das erste mal dass der sich genug genährt bekommt wenn die leute mit dem kopf ausreichend dagegen stellen und den ganzen tag bloß hebelprodukte auf der short seite suchen ja und mehr braucht man hier nicht besprechen also mehr gibt es auch gar nicht zu besprechen weil das ist nicht so uneindeutig die chartlage hat hier den korrekturmuster offensichtlich beendet ja das heißt wir haben wir auf jeden fall eine erste schöne antriebswelle gesehen kann sein dass du da mal kleine korrektur ein presst bevor es noch mal probiert würde sieht erst mal ganz gut aus halt das ist jetzt nicht dass man jetzt sagen müsste oh mein gott rette sich wer kann dass da werde ich unter 14.000 und 14 20 dann etwas mehr risiko mit rein rechnen aber solange das noch nicht ist ist das erst mal hier keine umkehr kerze als das ist eine achtungskerze eine vorsichtskerze ein anzeichen von unsicherheit im markt aber trotzdem noch kein umkehrsignal dafür müsste jetzt auch noch eine rote tages kerze hinterher kommen und auch so geschlossen werden kommt jetzt hier eine grüne kerze hinterher trend weiter aktiv kann er weiter steigen so und von daher brauchen wir hier auf der ebene gar nichts angucken ich sehe gerade wir sind die ganze zeit im tageschart aber das müsste auch der zwei stunden schad so eigentlich weiterspiegeln wir hatten hier drüber gesprochen über die 13 über die 14 90 die 14.100 dass die hier oben halt das erreichbare ziel ist wenn dieser kanal bricht das hat er erst mal gemacht weiter ist er noch nicht gekommen den trigger hier oben hat er nicht umgelöst das seht ihr es noch nicht über die 13 über die 14.100 über die 14.140 sollte das noch gelingen wäre zumindest auf der ebene dann mit 14.240 14.270 drin und darüber dann die 14.440 da können wir mal ein kleines linchen noch hinlegen so 14.440 sagt halt nicht getroffen habe ich gerade 1440 angezeigt so ja dann liegt auch die dort das wären jetzt so oben erreichbare ziele und ansonsten wie gesagt unten die 13.800 die kriegt natürlich jetzt hier auch gesetter jetzt ein bisschen da müssen wir uns ein bisschen aus korrigieren jetzt hier also 14.800 wird dann eher 14.860 bis 14.830 interessant weil ihr seht das hier clustert vieles aufeinander hier hier kommt die obere channel kante die alte hier kommt das untere bollinger band auf der ebene das liegt alles schon deutlich oberhalb von 14.830 deswegen würde ich mal sagen 14.860 bis 14.830 sollte man erste gegenwehr dann schon erwarten wenn der dax denn unter der 14.020 14.000 ganz genau verschwindet das sind so die beiden punkte das können wir hier noch ergänzen kritisch wird es dann wirklich erst darunter und wir sehen auch hier wir sehen hier ein abgleiten von der 14.000 unterhalb wir sehen schon ein auftreten das ist schon da also ich würde mich auch nicht über eine aufwärtsgebot wohnen muss ich sagen halt auch wenn er zum freitag wenn der ein oder andere das als schwach empfunden hat das ist eine seitwärtsbewegung auf hohem niveau das ist nicht in jedem falle schwach das kann auch einfach ein kurzes abwarten sein bis er wieder genug leute findet denen er oben das geld aus der tasche ziehen kann und dann findet er seinen weg da oben und geht den auch ja von daher wäre das jetzt so meine erwartung ich würde recht viel an der 14.000 14.020 festmachen und alles was darüber stattfindet und grüne kerzen bildet hat für mich potenzial auf der oberseite und das erstmal nicht ganz so begrenzt die 14.100 die 14.140 das alte allzeithoch der bereich um 14.180 um mal die ganzen shorts auch ein bisschen rauszurotzen die jetzt hier die letzte woche reingekommen sind alles was hier gegen geschlagen hat einfach mal rauswuchten hier oben so in dem bereich dürfte das sehr gut klappen ähm das wäre jetzt so meine erwartungshaltung ja ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und ich hoffe ihr steht euch auch nicht selber mit dem kopf zu sehr entgegen ansonsten einfach der tipp ihr müsst nicht handeln ihr müsst nicht jeden tag handeln wenn ihr merkt das will euch einfach nicht von der hand gehen heute oder die woche wenn es einfach zu bullig ist und ihr handelt gerne abwärtsbewegung dann macht es euch einfach und handelt halt nicht wenn ihr fette grüne kerzen seht weil dann habt ihr keine abwärtsbewegung definitiv nicht kann keine sein ne sonst würden keine langen grünen kerzen nach oben kommen und sobald es dann wieder ein bisschen stress nach unten gibt könnt ihr immer noch einsteigen und eure punkte dort machen aber wer dann gegen seine meinung oder wer mit seiner meinung gegen den markthandel das vertane mühe vertanes geld hat unvertane zeit die man dann davor sitzt fingernägel knabbert den chart anstarrt minutenlang stundenlang davor sitzt und start in der hoffnung wirklich hoffnung hier mit groß geschriebenen buchstaben dass der noch mal dreht und euch wieder raus lässt das ist halt nicht unbedingt training das ist eher mehr typisches privatanleger verhalten und von denen verlieren 80 prozent unterm strich immer und von daher kann man sich überlegen ob man dazu gehören will oder eben nicht ja so dass dazu ich noch einen aufrufe in eigener sache vielleicht hat jemand programmierkenntnisse vielleicht ist jemand von euch ein php entwickler der auch mit wordpress ein bisschen was kann und das kennt ich probiere es einfach mal auf der art ich glaube jemand der versteht was wir machen dem kann ich viel leichter sachen erklären ich brauche da momentan ein bisschen unterstützung falls euch der ein oder andere da sich zu hause fühlt einfach mal bei mir melden irgendwie martin und dann können wir mal kurz schwatzen was ich vorhabe wo ich kleine baustellen habe bei denen ich ein bisschen unterstützung bräuchte und da gibt es auch was dafür das soll jetzt kein handschlag geschäft werden also aber ich brauche jemanden ich brauche wirklich jemanden und bevor ich mir jetzt irgend so einen inder suche und den mit meinen nicht vorhandenen oder schlecht ausgeprägten englisch kenntnis ich kann mittlerweile fast besser kriege ich als englisch bevor ich mich da irgendwie versuche mit demjenigen dann auseinanderzusetzen werde mir das vielleicht ganz lieb wenn man hier aus der community jemand findet der ein bisschen auch finanzmärkte da börse das ein oder andere schon mal gesehen hat das macht macht glaube ich vieles leichter dann da sachen zu erklären und erspart mir zeit und bietet vielleicht dem einen oder anderen auch eine möglichkeit hier uns mal zu helfen oder zu unterstützen und mal was mit Trainingprojekt letztendlich zu machen halt ja vielleicht hat da ja jemand interesse wenn ja dann bitte auf jeden fall melden es muss nicht der absolute crack sein das sind relativ einfache sachen die wir machen wo uns aber die zeit einfach verfehlt und wir auch unterstützung brauchen und meldet euch da gerne ja das das wollte ich bloß noch gesagt haben ja dann erfolgreichen wochenstart die die das heute schon hören schönen sonntag noch und groß der shell mir morgen für uns auf dem lager hat also für mich ist noch kein umkassigen als auch auf der ebene nicht bis recht ein bisschen danach ihr könnt das probieren aber das haben mir zu viele gebrochen glaube ich am freitag es waren auch so viele schon short auf dem freitag und so haben so vergeblich gelangt halten also es haben viele sehr unglückliche long positionen eröffnet mit denen sie nicht zufrieden waren häufig neigen die dann dazu am montag dann short rein zu buttern das würde mich auch nicht ich würde mich jetzt nicht wundern wenn wir aufwärtsgebrochen kriegen aber wir gucken mal wie er reinkommt dann dann wird man schon viel sehen also das wird man wahrscheinlich schon an der öffnung sehen halt ne wenn das eine 14 100 ist dann ist das was anderes wie wenn der bei 14 20 reinkommt ähm und das dürfte auch schon eine gute tendenz dann für den tag vorgeben okay dann macht mal was draus viel glück viel erfolg und immer schön mit dem messer an der seitenlinie stehen nicht die ganze zeit im markt rumfuchteln und sich überrennen lassen immer schön geduldig bleiben messer in die hand nehmen die genau die situation abwarten die ihr haben wollt und dann zack rein das messer bisschen geld raus ziehen und dann auch wieder zurück nicht zu lange dran stehen bleiben nicht anfangen zu kuscheln und zu schmusen sonst holt der das messer aus der tasche und dann seid ihr auch wieder euer erspartes los halt ne von daher schön vernünftig bleiben und dann wird da auch was draus also ich wünsche euch spaß viel erfolg und ja wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss auch okay ich 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 Vielen Dank.